Ich bin Ulla Cockerbrink und ich moderiere die 100.000-Mark-Show. Die Show heißt tatsächlich die 100.000-Mark-Show. Wenn schon retro, denn schon retro, deshalb stehe ich ja auch hier. Die Musik bleibt so, das Intro bleibt so, der Tresor mit dem Geräusch bleibt so und natürlich die Kultspiele, also das Pentagon, der heiße Draht, die Zylinderbar, der Hindernisparcours. Alles das wird genau so gespielt wie damals. Es wird zwei Risikovarianten geben in der Show, die früher so noch nicht da waren und das Risiko für die Kandidaten erhöhen, aber auch den Gewinn, wenn sie es denn wollen. Also ich freue mich schon wahnsinnig auf die 100.000-Mark-Show. Am Sonntag geht es wieder los. Seid dabei und schaut zu, wird spannend.